Wir hatten wieder ein großartiges Brettspiel-Wochenende mit unseren Supportern. Und Thomas und ich konnten ganz viel spielen. Darüber wollen wir berichten, was da unsere krassen Highlights waren. Ab geht's! Das Tolle ist ja, dass wir tatsächlich diesmal auch wirklich viel zum Spielen gekommen sind. Auf der Zugfahrt nach Hause habe ich mal gedacht, ja, ich hätte so gerne noch andere Sachen gespielt, Hegemonie und das Rollenspiel und so. Und so viel war es ja gar nicht. Und dann habe ich mal eine Liste gemacht und habe festgestellt, oh doch, habe tatsächlich einiges gezockt und du ja auch offensichtlich. Und das ist natürlich einmal irgendwie gut möglich gewesen, weil wir ein fantastisches Helferteam da hatten, die wirklich sich um sehr, sehr viele Sachen gekümmert haben und uns auch da gut unterstützt haben. Also ganz lieben Dank an der Stelle an alle, die mitgeholfen haben. Und natürlich Special Thanks an den Hausherren Frank, der diese fantastische Location immer zur Verfügung stellt, der auch wirklich immer ansprechbar war, wenn irgendwas gefehlt hat oder jemand noch einen Raum gebraucht hat oder einen Stuhl zu wenig war oder einen Tisch zu groß oder zu klein. Der hat für alles eine Lösung gefunden. Es war wirklich fantastisch. Also ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Und so konnten wir tatsächlich auch einiges zocken. Und das Erste, was ich gerne irgendwie nennen möchte, ist Ritual oder Ritual. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es mich auch einfach deutsch ausgesprochen wird. Das war mit Dennis ein großes Bedürfnis, dass ich das unbedingt mal spielen soll. Das hat er ja auch vorher schon angekündigt gehabt. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr überrascht. Es ist ja eines dieser Spiele, bei denen man nicht reden darf, bei denen man versuchen muss, kooperativ bestimmte Aufträge zu lösen, die darin quasi begründet sind, dass man eine bestimmte Menge an Edelsteinen in verschiedenen Farben vor sich oder bei den anderen Spielern platzieren muss. Und man kann halt immer irgendwie eine Aktion machen, wenn man drankommt und muss unter Zeitdruck möglichst schnell diese Bedingungen erfüllen. Und muss halt eben antizipieren, was die anderen machen und warum sie das machen, was die eventuell sammeln könnten. Und gleichzeitig zu verstehen geben, an was ich gerade arbeite. Und dann das Ganze noch in der richtigen Reihenfolge. Das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool bei den Partien, die wir gespielt haben. Und dann habe ich hinterher in die Schachtel geguckt und habe gesehen, da sind ja noch zig verschiedene weitere Pläne und andere Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen drin. Also das hat mich tatsächlich irgendwie am ersten Abend schon mal sehr, sehr beeindruckt. Und da hätte ich wirklich Bock, das nochmal zu spielen. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wir haben zwei, dreimal gespielt. Für mich war der Spielreiz dann so ein bisschen weg, weil ja, für mich es dann so ein bisschen durchdrungen war. Aber mit jeder Runde wird es natürlich nochmal ein bisschen anders. Bei mir ging es auch lockerflockig los mit was Kleinerem. Und zwar geht noch was. Ein kleines Push-for-Luck-Spiel. Das hatte ich schon mal auf der Messe Nürnberg ausprobiert, habe es aber da bei der Erklärung gar nicht so richtig verstanden. Und jetzt war es auf jeden Fall gut erklärt, weil Jens Werkel, der Autor, selber da auch vor Ort war und das natürlich auch der eine oder andere Runde gezeigt hat. So, das wird jetzt meine Meinung aber nicht beeinflussen. Es ist, ja, vom Material muss man sagen, da geht mehr. Das Problem ist, bei dem Preis geht nicht mehr. Also, von dem, was man da kartenmäßig rausgeholt hat, ist es so das Beste. Mit Blattcore und was weiß ich was, hat er erzählt. Aber man hätte sich natürlich richtige Chips gewünscht, weil man die nämlich nicht sehr viel in die Hand nimmt. Und dann fühlt es sich halt irgendwie nicht so wertig an. Das ist ein bisschen schade. Ja, Push-for-Luck-Spiel wird gewürfelt. Der Würfler nimmt einen Würfel, die anderen können sich aus dem Rest bedienen. Und dann versucht man, ach nee, ich glaube, aus dem Ergebnis muss man gucken, es wird sich gar nicht bedient, dass man irgendwas von seinen Aufträgen, die man liegen hat, erfüllt. So, und der Push-Luck-Mechanismus ist so ein bisschen, dass man selber entscheiden kann, bei jeder Stufe, boah, wie viel riskiere ich da, dass ich mir die Option offen lasse oder sie eher hochschiebe, um mehr Punkte zu machen. Das sieht erst mal sehr einfach aus, vor allem von der Aufmachung und für die Zielgruppe. Ich glaube aber, es ist ehrlich gesagt ein Tick zu kompliziert für die Zielgruppe. Wenn man, ich mir vorstelle, dieses typische, ich glaube, 12, 13, 14 Euro Spiel, das doch eher so für Familien und Leute, die noch nie gespielt haben, gedacht ist, dann glaube ich, wenn man da, ich jetzt mal vorstelle, meiner Mutter die Anleitung vor die Nase setze, dann, boah, weiß ich nicht, ob die so richtig da durchsteigen. Also, als ich das das erste Mal erklärt bekommen habe, wusste ich auch nicht so recht, was ich da jetzt machen sollte. Ey, klingt jetzt irgendwie schlimmer, als es ist, ne? Also, wenn der Jens es erklärt hat, dann war es auch alles cool. Aber wie das jetzt so abläuft und so, da habe ich das Gefühl, dass es für die Zielgruppe vielleicht doch ein bisschen too complicated ist für ein einfaches Push-Luck-Spiel. Ähm, machte Spaß? Ja. Auf jeden Fall. Also, wir hatten eine sehr witzige Runde, das war cool. Aber ich glaube nicht, dass das ehrlich gesagt ein Dauerbrenner wird. Also, da hatten wir andere Spiele auf den Tisch, die dann ständig auf den Tisch kommen. Und ich glaube, nach dem Spiel wird man nicht mehr so häufig fragen. Wobei es nicht schlecht ist. Es ist aber einfach solide, würde ich sagen. So, der Dude war gar nicht begeistert, aber das ist jetzt auch eine ganz persönliche Präferenz. Er mag überhaupt keine Push-Luck-Spiele. Also, wenn der irgendwann über das Spiel redet, es liegt daran, er mag keine Push-Luck-Spiele. Ich finde die grundsätzlich okay. Ähm, hab natürlich viel riskiert und hätte fast gewonnen. Aber wenn dann zum Schluss nicht der richtige Wurf kommt, dann hat halt gar nichts mehr gepasst. Ja, also du hast da offensichtlich deine hochwertigere Chips drin vermisst. Äh, die könnte man bei dem nächsten Spiel eigentlich auch vielleicht reinpacken. Das Spiel heißt Eine Tüte Chips. Und wenn du dich daran erinnerst, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, mich hat das irgendwie gar nicht so gereizt, aber es haben dann mehrere Leute, inklusive Flo, ich glaube, du warst auch dabei, und viele andere haben gemeint von mir, nee, das musst du unbedingt mal spielen, das ist irgendwie total witzig. Äh, vor allem denkt man die ganze Zeit, man möchte irgendwie tatsächlich selber Chips essen, wenn man in diese Tüte da reinfasst. Ähm, dann haben wir das am Freitag gleich gespielt. Ähm, war irgendwie ganz locker, irgendwie so zum Einstieg auch ganz gut. Ähm, und ja, also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt nicht so begeistert. Im Endeffekt macht man ja nicht viel anderes, außer einfach random da Chips rauszuziehen und irgendwo hinzulegen. Und die einzige Entscheidung, die man hat, ist, dass man von seinen sechs Aufträgen am Anfang, die halt so sagen, wie viele Chips, also es sind mehr lila Chips am Ende übrig als rote, oder es sind irgendwie ganz, ganz viele grüne da, ähm, und das muss man dann quasi halt so ein bisschen einschätzen, was man glaubt, welche Aufträge man dann gut werten kann. Dann wirft man halt immer Aufträge ab und am Ende hat man noch drei übrig und für zwei gibt's Pluspunkte und für einen gibt's Minuspunkte. Und das muss man halt irgendwie einigermaßen abschätzen. Das macht man halt irgendwie statistisch, man hat auch so eine kleine Hilfe, wo draufsteht, wie häufig diese Chips in der Chipstüte drin sind. Und der Rest ist halt Glück. Und im Endeffekt zieht man halt einfach dann Chips raus, legt die hin und dann wertet man hinterher. Das war mir persönlich jetzt ehrlich gesagt zu wenig Spiel. Also das war jetzt irgendwie in der Situation ganz lustig, weil wir alle mit der Chipstüte auch rumgealbert haben, was man damit alles irgendwie Lustiges machen kann. Aber vom Spielreiz her, muss ich sagen, hat mich das jetzt nicht groß überzeugt. Also ich müsste das jetzt nicht unbedingt nochmal spielen. Also ich glaub, ich hab's danach auch nie wieder gespielt, aber ist jetzt auch eins dieser Spiele, die jetzt nicht ständig auf den Tisch kommen. Wir fanden's auf jeden Fall sehr witzig. Also der Gag hat funktioniert und ja, man kalkuliert halt Wahrscheinlichkeiten und versucht halt, die Aufträge sinnvoll zu nutzen. Was auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat und mir viel Spaß gemacht hat, ist The Same Game. Ja, da geht's wieder um Begriffe und um Kategorien. Sehr abstruse Kategorien teilweise, zum Beispiel Bedeutung für die Menschheit, irgendwie der Preis. Und den Begriff, den du bekommst, da musst du jetzt einen anderen Begriff finden. Und du kriegst halt eine Kategorie vorgegeben, wo die Leute drauf kommen, dass das auch in diese Kategorie passt, aber nicht zu allen anderen Kategorien. Und dann geht's halt darum, dass die Begriffe aufgedeckt werden und dann muss halt die Gruppe überlegen und nacheinander ausschließen, welche Kategorien denn nicht da zusammenpassen. So, und ich hab Gruppen erlebt, zumindest mitbekommen, erzählt bekommen, da hat das gar nicht funktioniert. Bei uns hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal wir dann immer auch uns überlegt haben, okay, wenn er jetzt diesen Begriff hat und würde die Kategorie haben, würde er denn auf diesen Begriff kommen, den er sich dann überlegt hat. Also wenn man das dann auch von der Seite aus betrachtet, dann konnte man doch auch einiges mehr ausschließen als nur von der anderen Betrachtungsweise. Das hat eigentlich ziemlich cool funktioniert. Also wenig verwunderlich ist das bei unserer letzten Liste zu den Highlights unserer Supporter, die da waren, auch sehr hoch auf der, ich glaub, Platz 1 gewesen. Ich fand's auch cool. Also ich würde das gerne wieder spielen. Ich glaub, wir haben sogar die erste Partie zusammengespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. Ich hab's am Freitag kennengelernt, das Spiel, kannte es vorher gar nicht und hatte irgendwie auch so vom Gefühl gedacht, naja, ich glaub, das wird mich jetzt nicht so überzeugen, es ist halt so ein weiteres Wort-Assoziationsspiel und ich kann sagen, mir hat's so gut gefallen, dass ich das jeden Tag auf dem Wochenende gespielt hab und zwar mindestens einmal. Also ich hab am Ende, glaub ich, fünf Partien oder so gezockt. Natürlich auch, weil's halt sehr schnell geht und man es auch in einer größeren Gruppe spielen kann, aber vor allem auch, weil mich diese Art der Assoziation und dieser Denkweise, das hat mich total fasziniert. Also du musst halt wirklich irgendwie nicht nur diese eine Kategorie dir anschauen, wo du was Ähnliches und Gleiches irgendwie feststellst, sondern du musst auch gut auf die anderen Kategorien eben achten und eben was bewusst nehmen, was da halt nicht dazu passt. Und das ist eine ganz andere Art des Denkens. Und ich hab auch gemerkt, man lernt da auch wirklich wahnsinnig dazu, von Partie zu Partie. Also am Anfang ist es für die ersten Leute erstmal so ein bisschen überfordert, so, hä, was muss ich hier genau machen? Und dann das ein paar Mal gemacht hast und dann den nächsten Begriff aufschreibst, dann denkst du schon gleich ganz anders, weil du irgendwie viel mehr darauf achtest, dass sich das bei den anderen Sachen unterscheidet. Also ich find das einen sehr, sehr cleveren Take, was so Wortratespiele angeht. Und das ist für mich jetzt wirklich auch eines der Highlights gewesen tatsächlich. Wie kam denn Captain Flip bei dir an? Weil das war ja auch eines dieser Spiele, wo man nichts von erwartet und man doch irgendwie überrascht ist. Hat's dich auch überrascht? Ja, es hat mich tatsächlich überrascht. Es hat mich vor allem überrascht, dass ich es überhaupt gespielt habe, weil ich hatte tatsächlich irgendwie nur fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit und war grad vom Weg von A nach B und da hatte eine Gruppe das gerade angefangen und ich hab gesagt, ah, cool, Captain Flip. Und wie ist es? Ja, wir spielen jetzt gleich die zweite Runde. Setz dich einfach hin. Und ich so, boah, ich weiß nicht, ich hab nicht so viel Zeit. Doch, das kriegen wir locker irgendwie hin. Und ich so, ja, wie sind die Regeln? Ganz einfach, du ziehst einfach ein Ding raus, hier so ein Plättchen aus dem Beutel und entweder legst du es so hin oder du flippst es um auf die andere Seite, wenn es dir nicht gefällt. Aber dann musstest du halt so liegen lassen. Und ich so, okay, that's it. Und halt irgendwie auch die verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Plättchen und der Rest ergibt sich dann schon. Und so war's dann auch. Also, das Spiel hat irgendwie, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert. Ich hab tatsächlich auch gewonnen und ich hab sehr viel geflippt. Das kann ich auch sagen. Ich hab gemerkt, ich bin irgendwie zu neugierig, zu wissen, was auf der anderen Seite ist, weil ich das Gefühl hab, ich hab's richtig so FOMO gehabt irgendwie, als ich das Plättchen in der Hand hatte, weil ich dachte, was ist, wenn auf der anderen Seite irgendwas Cooleres drauf ist, was mir jetzt irgendwie noch mehr hilft. Und ja, konnte da auch ein paar coole Ketten-Effekte machen. Gezahlt diese üblichen Legeregeln. Also, manche Sachen willst du halt möglichst viele haben und ein Set sammeln. Bei anderen Sachen wirkt sich das auf irgendwie die Nachbarplättchen aus. Und dann versucht man halt irgendwie, möglichst viel Gold zu bekommen und wer am Ende des Meisters hat, der gewinnt. Das war in dem Fall Gott sei Dank tatsächlich ich. Hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber diese sehr, sehr flip-intensive Strategie hat sich gut ausgezahlt. Also, ich fand sehr, sehr charmant, wie simpel dieses Spiel ist und dass trotzdem da ein ganz cooles Spielgefühl zustande kommt. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, wie das wäre, wenn ich das jetzt fünf, sechs Partien in Folge gespielt hätte, ob da nicht irgendwann auch die Luft raus ist und dieser Reiz dieses Flippens dann weg ist. Aber das erste Spiel fand ich überraschend cool. Ja. Ich glaube, andere Spiele werden dieses Prinzip aufgreifen. Und der Steff, der hat ja gesagt, er hätte sich da gewünscht, dass diese Effekte noch cooler sind. Also, dass da mehr Wumms drin ist, dass die irgendwie, ja, irgendwie noch mehr Kribbeln hervorrufen und einen Reiz ausrufen, dass man einfach dreht. Du hast jetzt aus Neugier ständig gedreht. Ich habe zum Beispiel damals in meiner Partie, glaube ich, recht wenig gedreht, weil es irgendwie auch alles gut gepasst hat. Aber ich finde schon bemerkenswert, was dieses Spiel auf den Tisch bekommt in der Kategorie Familienspiel. Was ich sehr cool fand an diesem Wochenende war wieder, ich hatte mir sehr wenig vorgenommen und alles war sehr spontan. Also, es hat sich einfach ergeben. Das hättet ihr auch gleich sehen bei den anderen Spielen. Und eine Partie war halt auch wieder Mischwald. So, mit der Erweiterung natürlich. Das habe ich auch häufig auf dem Tisch gesehen. Und ich wundere mich gerade, dass es in der letzten Top 20 gar nicht häufiger genannt wurde. Wahrscheinlich haben es die Leute auch schon alle rauf und runter gespielt. War jetzt keine Überraschung oder kein Highlight, weil sie es einfach schon kannten. Die Partie war wieder recht schnell zu Ende, weil halt die dritte Winterkarte sehr schnell kam. Und deswegen habe ich wieder wenig von diesen Alpienkarten gesehen. Also, unter dem Video wurde viel kommentiert, dass es halt das Spiel deutlich besser macht. Gerade was das Balancing angeht. Das finde ich schon mal sehr großartig. Deswegen, also, wer das Spiel hat und gerne häufiger spielt. Klar, die Erweiterung kann man einfach reinmachen. Das macht es halt besser. Aber ich hatte halt gesagt, ja, wenn du jetzt Mischwald so ein bisschen durchgespielt hast, dann wird jetzt die Erweiterung nicht das Innovativste in dir hervorlocken, was man da jetzt noch entdecken kann. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Das eine, ich hatte einen Mitspieler, der hatte direkt als zweite Karte gelegt, dass man eine Karte ziehen darf, wenn man einen Baum pflanzt. Das ist ja irgendwie, glaube ich, so ein Pilz. Der kommt dann unten drunter, also liegt unten am Wald. Und ich gucke mir nach und denke so, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Meine Erfahrung ist, ich habe bis jetzt alle Partien gewonnen, wo ich sehr früh diese Karte angelegt habe, weil du halt einfach tendenziell bei diesem Spiel halt, ja, nicht gerade wenige Bäume pflanzt. Und dann halt, wenn du jedes Mal als Bonus dafür noch eine Karte ziehen kannst, dann ist das schon nicht unerheblich. Das ist so meine Erfahrung. Ja, hat einer auch gewonnen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Also, da sind so ein, zwei Karten drin, wo wir sagen, ähm, das war eine Viererrunde und die kannten auch alle das Spiel. Das heißt, mit Hirschen und Wölfen kam es so nicht so leicht durch. Da wurde alles sehr geschickt taktiert, hat sich verteilt und im richtigen Moment natürlich immer gerade noch schnell die Lichtung geleert, damit man da nicht dran kommt. Oder wenn man die Karten eigentlich loswerden wollte, na gut getimt, er ist losgeworden. Ähm, Punkte zählen war diesmal gar nicht so schlimm. Das hatte ich irgendwie schlimmer in Erinnerung. Kann aber auch daran liegen, dass halt die Partie schnell zu Ende war und wir alle unter 100 Punkten lagen. Wenn man halt 300 oder 400 Punkte zusammenzählt, das dauert halt deutlich länger. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ich hab's bis jetzt halt gerne auf Board Game Arena gespielt oder hier am Tisch mit einer Rille. Und wenn man das halt gut spielt, dann versuchst du immer so am Limit deiner Hand zu sein. Also zehn Handkarten, es macht keinen Sinn, irgendwie Karten vorher rauszuhauen, bevor du nicht irgendwie das Handlimit erreicht hast und vielleicht noch bessere Karten mit noch besseren Kombis und vor allem passend Bezahlen auf der Hand hast. Ähm, und wenn man die alle auf der Hand hat, sind zehn Karten, immer durchblättern, durchblättern, durchblättern und Symbole matchen. Anstrengender als wenn die einfach vor dir aufgereiht, ähm, stehen. Das ist dann angenehmer. Ja, das, ähm, ist mir da aufgefallen, dass mich das einen Tick mehr genervt hat, als das Punkte zählen am Ende. Trotzdem war wieder cool, also schnell gespielt und, ähm, für ein total leichtes Regelwerk, schöne Tiefe, macht immer noch Spaß. Mich hat tatsächlich gewundert, dass Mischwald nicht häufiger gespielt worden ist, weil das war ja auch eins der Spiele, bei denen wir die meisten Kopien da hatten. Das hat gefühlt auch jeder Zweite mitgebracht. Ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, unsere Spieleausleihe, die ja quasi einfach kumulativ durch alle Gäste entstanden ist am Freitagnachmittag, die war ja teilweise besser sortiert als mancher Spieleladen. Also da gab's ja irgendwie Great Western Trail, hab ich irgendwie sechsmal gesehen und, äh, auch ganz viele große, ähm, Boxen gab's da ganz häufig und Mischwald hab ich auch wirklich sehr, sehr oft da gesehen. Also da wär's die perfekte Gelegenheit gewesen, das mal zu spielen. Ich hab's auch nicht gespielt, aber ich hab ein anderes Spiel, ähm, ich will jetzt nicht sagen, spielen müssen, aber es war Dennis ein großes Bedürfnis, dass wir unbedingt Blem, die Astro-Katzen wieder spielen. Er ist ja ein großer Fan von diesem Spiel. Ich hab Unterschiedliches mit dem Spiel jetzt schon erlebt. Also ich find das auch nicht schlecht. Es ist ein sehr, sehr schönes Push-or-Luck-Spiel, bei dem wir eben mit unseren Astro-Katzen, wie Astro-Katzen das halt so machen, in den Weltraum fliegen wollen und verschiedene Planeten und Mohnen besiedeln. Und es geht halt wirklich darum, mit den Würfeln irgendwie gut umzugehen und halt zum richtigen Zeitpunkt auszusteigen, bevor die Rakete abstürzt. Wir haben's diesmal auch mit ganz, ganz vielen Extra-Modulen gespielt und die erlauben es einem dann auch, dass man deutlich höher kommt. Also wenn man das irgendwie nur als Grundspiel spielt, dann ist es schon sehr glücksabhängig, wie weit man da irgendwie nach oben kommt. Mit diesen ganzen Extra-Modulen gibt's halt auch mal so extra Zwischenschritte und Booster und dann hat man noch irgendwie ein UFO mit dabei. Da gibt's auch nochmal einen Bonus, wo man drauf landet. Und wir sind tatsächlich, das ist meine Premiere gewesen, zum ersten Mal oben im freien Weltraum angekommen. Ich war zwar nicht der Erste, aber ich hab immerhin fünf Punkte irgendwie kassiert. Das hat sich ganz gut angefühlt. Und ansonsten ist es halt irgendwie weiterhin ein sehr, sehr schön produziertes, mit einem sehr speziellen Thema versehenes Push-or-Luck-Spiel. Das hätte auch mit anderen Themen gut funktioniert. Das Spielsystem ist gut. Und es wirkt vielleicht irgendwie von außen irgendwie nach mehr, als es eigentlich ist. Aber ich glaub, wer irgendwie diese Art von Spiel mag und wer auch auf das Katzenthema steht, der findet natürlich hier irgendwie auch genau das richtige Spiel. Also bei mir ist es immer noch so, dass ich gute Erlebnisse damit hatte, aber auch eher so mittelmäßige. Es ist für mich kein großes Highlight, aber ich finde, es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Ja, sicher nicht. So eine solide Zwei in der Schule, würde ich sagen. Was ich endlich mal ausprobiert hab, ist Shake That City. Ein Puzzlespiel, wo wir uns eine Stadt in einem Raster zusammen puzzeln. Das ist möglichst punkteträchtig. Also klassische Sachen wie Wohnhäuser nicht neben Industrie, da wollen irgendwie Parks sein, Gewerbe muss an der Straße sein. Also wir versuchen halt gut zu puzzeln, vor allem dann auch noch Reihen- und Spaltenwertungen mitzunehmen. Und wie kommt zustande, was wir puzzeln? Es gibt so eine Box, da sind Würfel drin, die wird halt geshakt und dann drückt man drauf und da kommen halt ein Raster an Würfeln raus. Also das, was man puzzeln muss, ist total zufällig. Das, also dieser Gag ist halt natürlich witzig, aufgrund auch des Namens dieses Spiels mit Shake That City. Aber im Endeffekt hab ich mich gefragt, okay, du hättest einfach auch einen Stapel Karten nehmen können. Ja, dann ist nicht so appealing oder nicht so aufreizend jetzt wie dieses Shaken von dieser Box. Bei uns hat das aber einige Male ehrlich gesagt nicht geklappt. Ja, ich weiß, mit Hochnehmen und so, da muss man genau aufpassen. Aber trotzdem, bei uns ist es ein paar Mal wirklich passiert, auch mehrmals hintereinander, dass dann irgendwie mehrere Würfel rausgekommen sind und solche Sachen. Also, cooler Gag. Das Puzzle macht auf jeden Fall Spaß. Das war cool. Ja, ich würde auch sagen, wieder so eine solide Zwei und nichts, was ich jetzt unbedingt direkt selber kaufen muss, aber wäre ich immer dabei. Ja, ich hatte Ähnliches empfunden, als ich es gespielt hab. Dieses Shaken macht halt total Spaß und dann diesen Mechanismus da zu betätigen, der Rest ist halt was, was man aus vielen anderen Spielen schon kennt. Und das ist solide, aber jetzt auch nichts Besonderes. Da muss man ja mal gucken, wie lange irgendwie so ein Gag mit dem Schütteln dann irgendwie halt anhält. Und dann möchte ich vielleicht jetzt an der Stelle einfach ganz schnell mal zwei Spiele kurz irgendwie abfrühstücken, über die wir einfach schon häufiger gesprochen haben. Aber die hab ich ja am Wochenende auch gespielt. Zum einen Schnitzeljagd, ein sehr, sehr schönes Ärgerspiel mit fünf Karten nur, bei denen es darum geht, wer legt welches Tier zu welchem Zeitpunkt und kann gut antizipieren, was die anderen Leute legen. Das war wieder sehr, sehr lustig. Ich habe festgestellt, das, was mir am meisten Spaß macht bei diesem Spiel, ist tatsächlich, die Ansagen zu machen. Also wirklich so ganz spannend. Okay, wer hat einen Bären? Und dann tadaa, es gibt nur einen Bären. Okay, aber was frisst der Bär jetzt? Und weiß ich, vielleicht weiß ich bei meinen Kindern das irgendwie auch immer so spiele und da so viel Immersion versuch reinzubringen. Aber quasi diesen Moment auszukosten, was die Leute jetzt tatsächlich als nächstes umdrehen, das finde ich eigentlich das Interessanteste an dem Spiel. Und Trio habe ich auch noch mal gespielt. Ich glaube, es war jetzt das vierte Mal. Und ich glaube, es war für mich persönlich jetzt auch das letzte Mal. Also ich muss sagen, dieser Reiz der allerersten Partie ist mittlerweile vollkommen verflogen. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr banales Memory-Spiel, bei dem man sich halt einfach merken muss, was die anderen Leute auf der Hand haben, wenn sie es einmal gezeigt haben. Und wir hatten tatsächlich auch so eine bisschen undramaturgische Partie, weil viele Leute in der Partie mehrere Zahlen doppelt hatten. Das heißt, sie mussten dann quasi auch nur eine Zehn finden und konnten dann die anderen beiden irgendwie drauflegen und hatten dann ihren Drilling schon zusammen. Ja, also für mich wird das, glaube ich, irgendwie kein großes Ding sein, was als Dauerbrenner bei mir in der Sammlung bleiben würde. War sehr lustig, weil die anderen am Tisch fanden es irgendwie richtig gut. Und ich weiß auch, dass Sarah total begeistert war und ich meinte irgendwie so echt, was magst du denn an einem Spiel so? Und sie meinte, ja, also wenn ich jetzt in Urlaub fahre und wir sind irgendwie nur zu zweit und wir haben irgendwie wenig Platz und auch wenig Platz im Gepäck und können nur ein kleines Spiel mitspielen und es muss was sein, was die Leute irgendwie, die sonst keine Brettspiele spielen, was die auch sehr schnell verstehen und was man in zehn Minuten spielen kann, dann ist es doch das perfekte Spiel. Und dann dachte ich mir, das stimmt. Also wenn man diese ganzen Bands davor schaltet, dann ist es das perfekte Spiel. Da würde ich dann sogar irgendwie Recht geben. Also so für Urlaub und zum Aufreisen ist ein gutes Ding. Aber dass das Ganze jetzt irgendwie so beliebt ist und so viele Leute irgendwie drüber sprechen, kann ich persönlich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Dafür ist mir das Spiel ehrlich gesagt zu banal. Und da ist für mich auch kein großer Spielreiz drin auf Dauer. Ja, ich bin auch kein großer Fan. Aber ja, bevor ihr Phase 10 mit in den Urlaub nehmt, das musste ich ja mal spielen im Urlaub, dann nehmt auf jeden Fall Trio mit. Das ist deutlich besser. Und Schnitzeljagd kam bei uns vor kurzem auch wieder auf den Tisch. Ich hab's nämlich mitgenommen zu den Kollegen. Wir hatten den Teamtag und waren danach im Biergarten. Haben wir's zu 450 gespielt und kam gut an. Aber ein Tick besser kam noch Spicy an. Das haben wir dann nämlich danach gespielt und die Stimmung war da besser auf jeden Fall. Was ich jetzt aber am Wochenende gespielt habe, endlich mal, weil ich ja auch schon letztens gesagt hab, okay, setz mich auf die Liste. Und Monika hat das natürlich auch zum Anlass genommen, mir hinterherzurennen und sagen, so, jetzt müssen wir aber auch. Vielen Dank, dass du das organisiert hast. Jamaika. Familienspiel. Und was soll ich sagen? Ich kann anerkennen, dass das richtig gut designt ist. Also dieses Würfeln und dann halt Aktionen auslösen von den drei Karten, die du hast. Aktion vorne, hinten. Du hast das schon in der Hand und denkst dir, leg die bitte so rum, leg die bitte so rum. Nein, jetzt legt er sie andersrum und dann passt's halt nicht. Das ist insgesamt ein cooles Paket. Es kann aber auch extrem frustrierend sein, dass es nicht mehr passiert. Am Anfang hatte ich nur diese Karten und dann passten nicht die Würfel dazu. Dann hat's halt die Karten mit, geh vor oder geh zurück. Da willst du halt vor allem Zahlen haben, die beim Würfeln weit auseinander liegen. Nein, da kamen immer nur Gleichartige. Das heißt, du bist nicht vom Fleck gekommen. Ich hab diesen kompletten Partie nicht einmal eins von diesen Schätzen da aufgesammelt. Ähm, hatte wenig Geld. Bin mehrmals immer wieder zurückgetuckert. Also es war, es füllte sich während dem Spiel überhaupt nicht cool an. Das war für mich sehr frustrierend. Am Ende hab ich's dann noch geschafft, weil dann halt mal zwei Sechsen gewürfelt worden sind und ich dann noch diese Karten übrig hatte, wo man irgendwie einen Doppel-Vorwärts-Move macht. Das hat das Spiel gefinisht. Ich bin als erster durch, hab dadurch die 15 Gold bekommen. Das war auch das einzige Gold, was ich hatte. Und du hast dann halt noch gewonnen, weil du einfach viel mehr Gold vorher gesammelt hattest, weil ihr euch die ganze Zeit bekriegt habt. Ähm, ja. Also gut designt. Kann sehr lucky sein, was man da so macht. Und es kann sich frustrierend anfühlen, wenn halt irgendwie gar keine coolen Moves für dich drin sind. Dann ist halt blöd. Aber ich würd's wieder mitspielen. Aber jetzt auch nicht unbedingt vorschlagen. Du solltest es unbedingt noch mal spielen, weil ich hab dich sogar ein bisschen beneidet bei unserer gemeinsamen Partie, dass du irgendwie so weit hinten warst, weil ich ja quasi das Spiel schon kenne und weiß, dass es vom Timing so ist, dass jeder zumindest einmal komplett durch sein ganzes Kartendeck durchkommt. Und dadurch, dass du diese ganzen Vorwärtskarten erst am Ende hattest, bist du gar nicht so oft irgendwie den anderen in die Quere gekommen. Also ich wurde ja andauernd angegriffen. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte am Ende so viel Gold, weil ich, glaube ich, drei oder vier Mal in Folge attackiert worden bin, aber dann die Schlacht gewonnen habe. Teilweise auch natürlich mit einem glücklichen Wurf und dann quasi meinen Angreifer ausplündern konnte. Deswegen hast du dann am Ende für den Sieg gereicht. Aber dass du da quasi am Ende erstmal so ein bisschen ab vom Schuss warst und so alleine durch die Gegend schippern konntest und dann am Ende die Aufholjagd gemacht hast, das war eigentlich sogar eher ein Vorteil. Also spiel es unbedingt noch mal. Ich finde das Spiel wirklich klasse, aber ich kann schon verstehen, dass es so ein bisschen frustrierend sich anfühlen kann, wenn die Karten nicht so passen auf der Hand. Ich habe einen Klassiker gespielt, von dem Dennis auch schon ganz häufig gesprochen hat. Ich glaube, es ist von Eric M. Lang und zwar ist es Quarriors. Es ist, glaube ich, eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Dice-Building-Spiel, also quasi Dice-Pool-Building. Und zwar hat man eine Tüte, einen Beutel mit verschiedenen Würfeln und zwar am Anfang halt nur zwei verschiedene, wie das halt bei solchen Spielen ganz üblich ist. Eine kleine Mini-Einheit und das geht nämlich darum, dass wir quasi die anderen Spiele am Tisch angreifen mit unseren Würfeleinheiten und dann eine andere Würfelart, die Energie gibt, weil wir am Ende unseres Zuges immer Energie ausgeben können, um uns neue Würfel zu kaufen. Da gibt es halt so eine Auslage mit coolen Effekten und verschiedensten Würfeln und solange halt Würfel von einer Art noch da sind, kann man die dann eben auch kaufen. Dann wandern die auf dem Ablagestapel, irgendwann in den Beutel und irgendwann zieht man die dann auch. Und dann kriegt man halt quasi immer einen cooleren Pool an Würfeln mit unterschiedlichen Effekten für den Angriff, für die Verteidigung, mit irgendwelchen coolen Zaubersprüchen, die dann irgendwie auch Wechselwirkungen haben und versucht halt dann irgendwie möglichst lange seine Würfel auf dem Board zu haben, dass man dann, wenn man wieder dran ist, dann eben die werten kann. Das ist irgendwie, finde ich, echt cool gewesen. Also vom Spielfluss. Es ist halt wirklich wie so ein ganz typisches Deck-Building oder eben Dice-Building-Spiel ohne großem Schnickschnack. Das Einzige, was halt bei dieser Art von Spiel halt eben ganz häufig ist, du musst halt am Anfang erstmal diese ganzen Karten-Effekte alle lesen. Da hast du halt in der Mitte halt eine große Auslage und das sind halt eben zig verschiedene Karten und damit du das irgendwie gescheit spielen kannst, bist du halt die ganze Zeit irgendwie am Karten drehen und nochmal durchlesen. Na, was macht das jetzt nochmal? Soll ich mir die jetzt kaufen? Und wie ist nochmal die Kombination? Das ist natürlich irgendwie bei der Erstpartie mal ein bisschen anstrengender, als es dann wahrscheinlich später ist. Das würde ich sehr, sehr gerne nochmal spielen, einfach um zu gucken, ob dann nicht sogar noch mehr Spielfluss auftritt. Und ich finde, man sieht irgendwie da schon, dass der Mann ein guter Designer ist und der da wirklich ein cooles Spielkonzept entwickelt hat, was man in anderen Spielen dann ja auch wieder weiterverwendet hat. Ich hätte Bock auf das Spiel. Dieses Wochenende war auf jeden Fall ein Spiel der Gelegenheiten und zwar hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich an diesem Wochenende Anno 1800 spiele und sogar zweimal. Die erste Gelegenheit war, ich bin so rumgeschlendert und sehe, wie Anno 1800 aufgebaut wird und ich so, oh, ist da noch Platz? Ja, klar. Und dann war ich einfach plötzlich dabei und es war eine Viererrunde, jetzt nicht die präferierteste Spieleanzahl für dieses Spiel. Trotzdem ging das so flott, drei Kanten ist, einer noch nicht, der war aber auch ein flotter Spieler und jetzt waren wir in einer Stunde 15 durch, was ich, glaube ich, rekordverdächtig für dieses Spiel finde. Ich finde es immer noch ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht. Ich finde, es greift Anno 1800 sehr gut auf, die wesentlichen Aspekte wie eine Insel mit einer Stadt aufbauen, dass man halt Produktionsketten etabliert, dass man eine Bevölkerung ausbaut, deren Bedürfnisse da befriedigt und dieses Handkartenmanagement, dass man halt Karten bekommt und dann im richtigen Moment versucht, die wieder abzubauen und genau zu erfüllen und dann wer als Erster dieses Rennen gewinnt, die alle loszuwerden, das Spiel beendet und dann schaut, wer die meisten Punkte gemacht hat. Es hat voll Bock gemacht und während ich da saß und spielte, kam der eine oder andere vorbei und meinte, cool, ich habe das auch noch nicht gespielt, da hätte ich voll Bock drauf und dann ergab sich halt am nächsten Tag dann die nächste Runde. Wir haben wieder zu dritt gespielt, ich mit zwei Neulingen, das erklärt und ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden gebraucht, also ein bisschen länger, weil ich auch am Anfang da so ein bisschen mich verdaddelt habe. Das Spiel hat halt so einen großen Nachteil, das ist, wenn man das das erste Mal spielt, man kann sich darin verlieren. Die Spieler bestimmen das Tempo selber, wie schnell das Spiel zu Ende geht und ja, wenn man dann gemütlicher, oh, ich baue hier aus endlos und erforsche alles und probiere alles aus und sammle immer weiter Karten, man kann sich ein bisschen darin verlieren, das wollte ich sagen und die ersten Partien können dann einfach zu lange dauern, dass es dann irgendwie sich zu lange anfühlt, vor allem, wenn man es halt mit mehreren Leuten spielt, die es nicht kennen, dann könnte auch die Downtime zu hoch sein, wenn man da jetzt irgendwie das erste Mal gesehen hat, wie die Karten so aussehen, dann läuft das deutlich flüssiger, wie man jetzt auch gesehen hat und ich freue mich jetzt auf die Erweiterung, die wird gerade ausgeliefert, da wird es auf jeden Fall nochmal gespielt. Also von den Leuten, die es jetzt das erste Mal mitgespielt haben, habe ich dann einen Tag später die Nachricht bekommen, so, ich habe es mir jetzt auch bestellt und bei EURL direkt das Insert, weil das ist nämlich ein großer Punkt, das aufzubauen ist auch die Hölle, weil es so viele Plättchen gibt, die auf einzelne Stapel gelegt werden müssen, dass da ein Insert, was so magnetisch zusammenklippbar, das heißt, man holt es nur raus, tack, 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 setzt sie zusammen und kann direkt bloßlegen, extrem hilft bei diesem Spiel. Also ich beneide dich ja total, dass du das zweimal spielen konntest an dem Wochenende, ich habe es leider gar nicht geschafft. Witzigerweise wurde ich am Samstag Nacht irgendwie von zwei Leuten darauf angesprochen, hey cool, du spielst Anno 1800 morgen und ich so, nee, wie kommst du denn da drauf? Du stehst doch hier auf der Liste, da hast du dich doch eingetragen. Da hat doch tatsächlich irgendein Schlingel meinen Namen da irgendwie auf die Liste gesetzt, dass ich das mitspielen möchte. Bitte meldet euch, wer das war, wir müssen ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Was ich aber gespielt habe, ist Viti Culture. Da hatte ich wieder das Glück, das auch wieder erklären zu dürfen. Das ist halt irgendwie einfach ein Klassiker. Also jeder hat sein eigenes Weingut und wir ernten Trauben, machen daraus Wein, versuchen Aufträge zu lösen und dann kommt der ein oder andere Besucher auch in Form von Karten bei uns vorbei und gibt uns verschiedene Ressourcen und Möglichkeiten, weitere Siegpunkte abzustauben. Was ich immer sehr gerne mache, ist irgendwie zu gucken, was sind immer so die einfachsten Möglichkeiten, da Siegpunkte abzustauben, bevor man sich so eine super krasse Engine aufbaut mit zig Wein, die man dann im Keller lagert und dann am Ende irgendwie ganz, ganz viele Aufträge zu lösen. So hat Dennis das gespielt. Ich meine, der macht immer so diese Long-Term-Streat und ist tatsächlich dann irgendwie auf halber Strecke verdurstet, weil, und nicht ich, sondern jemand anderes einfach deutlich schneller war mit den Punkten und das ist halt tatsächlich eine sehr interessante Dynamik, weil du kannst auf unterschiedliche Arten und Weisen dieses Spiel spielen, aber wenn du auf die Langzeitstrategie setzt irgendwie und dann irgendwie ganz, ganz viele Punkte am Stück machen willst, dann musst du trotzdem den richtigen Moment finden, wann du das machst, weil sonst bist du einfach zu langsam und wenn du aber irgendwie nur, wie ich es auch gemacht habe, versuchst immer hier und da ein paar Punkte abzugreifen, kann es auch sein, dass dir dann irgendwie dieses Momentum ganz fehlt und du einfach auch nicht bis zum Ziel kommst. Das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend immer, dass man da eben auf unterschiedliche Arten und Weisen dieses Spiel spielen kann und es ist und bleibt für mich einfach ein Klassiker, dem man wie auch jetzt am Wochenende einfach auf den Tisch knallen kann und dann spielt man das einfach. Die Regeln sind, finde ich, relativ eingängig, weil sich auch alles thematisch super gut erklären lässt und wir haben es sogar ohne Erweiterung gespielt, aber wenn man die da noch mit draufpackt, hat man sogar noch ein bisschen mehr Variabilität drin. Also das ist und bleibt einfach ein sehr, sehr cooles Kennerspiel. Wir haben einen kleinen Absacker auf den Tisch gebracht. Es war ein neues Spiel im Star Wars Universum, Bounty Hunters und da hat man erstmal so gar keine Erwartung dran. Man denkt so, ja gut, so ein Lizenztitel, so ein einfaches Spielprinzip ist wahrscheinlich ganz nett und wir haben das auch innerhalb von, glaube ich, zehn Minuten kurz die Regeln gelesen und dann losgelegt und es ist dann ein Drafting, wo es darum geht, geschickt Karten zu ziehen, um coole Sets zu bauen. Zum einen natürlich Leute, die gejagt werden sollen. Es geht ja um Bounty Hunting. Kopfgeldjäger selber, Aufträge, ich glaube noch ein paar Droiden sind dabei. Also es gibt so drei, vier verschiedene, nee, vier, fünf verschiedene Stapel, von denen man einfach nachzieht oder dann bei sich Karten auslegt und so weiter. Bis halt einer, glaube ich, vier Leute gejagt hat und dann wird halt abgerechnet. Also im Kern Drafting und Set Collection. Und das macht es eigentlich ganz gut. Also wir saßen noch und waren etwas überrascht, dass das eigentlich jetzt eine sehr witzige Partie war. Das wird jetzt kein Dauerbrenner, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ewig im Regal sein und nicht ständig auf den Tisch kommen, aber die Partie hat uns Spaß gemacht. Und als wir am nächsten Tag da standen und dachten, hey, wir brauchen jetzt wieder irgendwie einen kurzen, schnellen Absacker, kam auch der Vorschlag, ach, soll man das nicht einfach nochmal spielen? Also dafür, dass man gar nichts erwartet, hat es überrascht, aber es macht jetzt auch überhaupt nichts Neues. Also ein Spiel, das nicht wehtut, aber jetzt auch nicht begeistert, weil man als vielleicht Kennerspieler nichts Neues entdeckt. Hast du das zufällig mit dem Dennis gespielt? Nein. Okay, weil interessanterweise hat der nämlich an einem Tag irgendwie sehr penetrant immer wieder diese Schachtel in der Hand gehabt und meinte, er möchte das unbedingt spielen, aber irgendwie hat mich das irgendwie nicht so angesprochen vom Cover, deswegen muss ich Danke, Nein sagen, aber dann hast du es mit jemand anderem gespielt. Ich erinnere mich, genau. Der kam nämlich bei mir auch vorbei und meinte, ach, spielst du es zum ersten Mal? Ja. Er meinte, oh, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich glaube, der findet das auch gar nicht so schlecht. Ja, habe ich auch den Eindruck. Was wir aber tatsächlich zusammen gespielt haben, ist Lewis in Clark. Das wurde sich auch quasi gewünscht und das konnte ich natürlich dann sehr, sehr gerne erklären, weil ich das wirklich, ich mag das Spiel einfach, ja. Also manche Leute können damit nicht so viel anfangen, es ist ja auch wieder ein Wettrennen. Wir sind quasi in den Fußstapfen von Lewis in Clark und wollen quasi den Fluss entlang bis an den Westen der USA und um da hinzukommen, möglichst schnell, müssen wir halt sehr, sehr geschickt mit unseren Handkarten, mit den Ressourcen, mit unseren Booten, mit unseren Miepeln, die wir auf dem Spielplan platzieren, umgehen, dass wir quasi die Sachen immer so richtig zum richtigen Zeitpunkt ausgegeben haben, dass wir dann, wenn wir unser Lager aufschlagen, möglichst wenig Zeit verlieren und dann muss man eben halt irgendwie auch gut managen, welche neuen Karten man sich ins Deck holt und wann man sich neue Miepel holt und wer dann eben halt am geschicktesten macht, der kommt als erstes in Fort Kletzorp an und gewinnt dieses Spiel, hat ein wunderschönes Artwork von Vincent Dutré, also ich mag das Spiel einfach unfassbar gerne, aber ich fand es diesmal sehr interessant, ich habe das Spiel ausgepackt und aufgebaut und da habe ich plötzlich irgendwie gesehen, wo sind denn diese Lagermarker irgendwie und dann haben wir ewig in dieser Kiste gesucht und ich dachte mir, da fehlen doch irgendwie Komponenten und was sind denn das irgendwie für Komponenten, so komische Chips und dann habe ich festgestellt, das ist die Neuauflage, die Hunter und Krohn Neuauflage, die ich tatsächlich noch nie gespielt habe und da haben sie tatsächlich ein paar Sachen geändert an den Mechanismen, unter anderem, wie dieser Zeitverlust beim Lageraufbauen zwischen diesen Zügen funktioniert und damit kam ich irgendwie gar nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe, warum sie das gemacht haben, weil man quasi ja immer, wenn man dann sein Lager aufschlägt, mit seinem Miepel wieder auf den Fluss zurücklaufen muss und dann so gefühlt wieder quasi den Progress, den man gemacht hat, teilweise rückgängig machen muss. Auf der anderen Seite fühlt sich das aber irgendwie, finde ich, thematisch an und wie sie es jetzt gelöst haben, ist, dass man quasi einfach immer bei dem Fluss weitergeht, man muss nie zurücklaufen, aber für jede Zeit, die man verliert beim Lageraufschlagen, kriegt man so einen Marker und der bedeutet dann, dass man am Ende weiterlaufen muss, als das eigentliche Zielfeld. Also wenn du irgendwie so acht, neun Marker gesammelt hast, da musst du halt acht Schritte weitergehen und das hat sich irgendwie super weird am Ende angefühlt, weil wir eben nicht das gleiche Ziel hatten und thematisch gesehen haben wir ja das gleiche Ziel, aber der eine war dann schon über der Ziellin drüber, musste aber noch acht Felder weiterlaufen, um das Spiel zu gewinnen und dann hat jemand anderes gewonnen, der halt eigentlich nicht so weit laufen musste. Das fand ich irgendwie total seltsam. Also warum das geändert wurde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite, wenn man es glaube ich nicht anders kennt, dann fällt es auch gar nicht irgendwie so negativ ins Gewicht und man kriegt glaube ich auch nur noch diese Version. Ich glaube für Leute, die es noch nie gespielt haben, wird es irgendwie kein Dealbreaker sein. Schaut es euch trotzdem mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Eurogame, was eben sich auch durch die Art und Weise, wie man das Spielmechanismus spielt, ganz, ganz eigen anfühlt. Also ich kenne kein anderes Spiel, was dieses Spielgefühl so macht. Ich kann mich auch noch erinnern, ich kenne ja nur die neue Version und wie das Ende funktioniert, musste ich viermal nachfragen. Ich glaube, ich habe es jetzt definitiv auch wieder vergessen. Aber ich finde es auch ein sehr cooles Spiel. Sehr gut gefallen, hat mir auch gut nach Hora. Auch kein Neuling, kam auf der Messe raus. Ich habe die Partie, die hier in meiner Nachbarschaft gespielt wurde, hatte ich verpasst und war da ein bisschen traurig. Ich freue mich jetzt umso mehr, dass ich es nachholen konnte in einer sehr coolen Runde. Und ja, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt in dem Video, das Besondere ist halt, hier seht dieser sehr dynamische Markt und dass du halt, sagen wir mal, nicht so krass strategisch hier vorgehen kannst, sondern immer auf die Situation reagieren musst und aus dem, wie so gerade der Marktstand ist, das Beste rausholen musst. Und das hat mich am Anfang echt ein bisschen was gekostet. Also diese Art zu planen und zu denken, da habe ich mich erst mal schwer mitgetan. Ich weiß noch, ich musste dann Einkommenszüge machen, wo ich dachte, boah, fühlt sich gerade nicht so cool an. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich es gar nicht so richtig ausnutze. Irgendwie lief es dann doch besser als gedacht. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende, interessante Partie. Also das ist wirklich ein recht einmaliges Erlebnis. Da kann man jetzt nicht sagen, das hat man in X-Spielen schon zigmal gesehen, sondern das ist wirklich für so Kennerspieler, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Mix an Mechanismen und Spielgefühl. Das fand ich auf jeden Fall super spannend und würde ich gerne nochmal ausprobieren. Wobei ich mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob mir dieses man kann nicht so gut strategisch planen so gefällt. Also es ist halt ein sehr taktisches Spiel und da weiß ich noch nicht. Ich bin so eher der Planungstyp. Weißt du, ich plane schon zwei, drei Züge im Voraus und ich habe vielleicht so die Strategie, ich möchte darauf irgendwie hinauskommen. Das funktioniert bei dem Spiel nicht. Es hängt immer davon ab, was die anderen halt machen und ja, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dann so der Riesenfan davon bin. Aber insgesamt fand ich das ein sehr gelungenes Spiel. Ja, mir kommt es eben halt gerade entgegen. Ich mag eher dieses taktische Spielen und gucken, was die Situation aktuell hergibt. Deswegen mag ich das Spiel auch sehr gerne und ich stimme dir zu, das ist wirklich ein Spiel, bei dem man nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie der x-te Abklatsch von irgendeinem Mechanismus in neuem Gewand, sondern das fühlt sich wirklich sehr eigen und innovativ an, weil eben auch viele neue, coole Sachen da miteinander kombiniert sind. Also ich finde das immer noch auch weiterhin ein sehr gutes Spiel und was auch natürlich immer ein klasse Spiel ist, auch wenn es damit nicht vergleichbar ist, weil es doch ein eher kurzweiliges Spiel für zwischendurch ist, ist Diamant, ein Push-Your-Luck-Spiel, bei dem wir eine Höhle erkunden in jeder Runde und es ist halt irgendwie dieses ganz klassische Prinzip, wir versuchen immer weiter irgendwie reinzugehen in die Höhle, aber wenn zweimal die gleiche Falle kommt, dann sind wir sozusagen tot und auf dem Weg sammeln wir verschiedene Edelsteine ein und wenn wir eben das Ganze zu überreizen, dann verlieren wir das alles wieder. Also muss man irgendwann den richtigen Moment finden, wann man quasi in der Runde wieder zurückläuft. Man kriegt teilweise auch beim Zurücklaufen Edelsteine und wenn man das gut managt und seine Gegner gut lesen kann, dann kann man das Push-Your-Luck-Element ganz gut ausreizen und dann halt möglichst viele Edelsteine mit nach Hause nehmen. Ich gehöre zu den Leuten, die solche Sachen immer komplett überreizen. Also Push-Your-Luck, das bedeutet für mich immer wirklich Push, 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 Push und dann laufe ich irgendwie in die Todesfalle rein. Diesmal war ich die ersten zwei Runden wirklich sehr, sehr brav und bin irgendwie auch früh umgekehrt und hab irgendwie immer so ein bisschen meine Punkte gemacht und dann kam, glaube ich, die dritte oder vierte Runde und da sind wir dann alle irgendwann rausgelaufen, weil wir Angst hatten. Aber Stebo hat irgendwie sich gedacht, nö, ich geh weiter und ich geh noch weiter und ich geh noch weiter und dann hat er, glaube ich, irgendwie 25 Edelsteine in der einen Runde eingesackt und damit war die Partie dann irgendwie durch. Also der hat einmal quasi irgendwie wirklich Nerven behalten und ist einmal irgendwie da ganz tief in die Hülle eingestiegen und hat es überlebt und dann war der Chaos Bissen. Dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich das nächste Mal doch wieder ein bisschen Forscher sein. Ist aber immerhin weiterhin eines meiner Lieblings Push-Your-Luck-Spiele, weil ich finde es tatsächlich auch recht thematisch, obwohl man ja nur Plättchen umdreht und es ist sehr kurzweilig und bringt dieses Push-Your-Luck-Element wirklich gut auf den Tisch. Sehr cool. Sorry, ich muss noch über Star Wars Unlimited reden. Das war natürlich am Wochenende auch ein Thema und ich habe mehrere Partien gespielt und warum ich noch mal darüber reden muss, ist, wie ich habe, das erste Mal das Vier-Spieler-Format gespielt und zwar Twin Suns heißt das. Das hat besondere Deckbauregeln. Man darf nämlich jede Karte nur einmal drin haben, man spielt zwei Anführer und dann spielt man halt in der Vierer-Runde, jeder gegen jeden. Kennt man vom Commander-Format. Aber was hier wieder beeindruckend ist, großes Lob an Fantasy Flight Games, das ist einfach herausragend designt. Die haben wieder jeden Aspekt nochmal geschliffen und besser gemacht. Es war eine sehr spaßige Partie. Ist wieder ein Rennen darum, wer als Erster den meisten Schaden auf seiner Base hat, also dadurch stirbt und wer den letzten Schlag macht, der kriegt nochmal fünf von seiner Basis geheilt und wer dann am wenigsten Schaden auf seiner Basis hat, gewinnt. Und das macht's halt automatisch total spannend. Man gleicht immer ein bisschen aus, man guckt, dass alle irgendwie da mehr Schaden haben als du und dann im richtigen Moment zuzuschlagen und das Spiel zu beenden. Und es war total witzig, viel Trash-Talk, es war super spannend und ich habe nicht gedacht, dass dieses Format mir auch so viel Spaß macht, weil ich ja eigentlich eher der bin, der so klassisch eins und eins dann auch die Turnierdeck spielt. Herausragend designt. Auch nochmal eine Ergänzung, ich hab's beim letzten Mal schon gesagt, ich bin beeindruckt, wie vielseitig das Metergrad ist und wie viele spannende Deck-Konstruktionen es gibt. Vor kurzem hat wieder ein Deck, ein Turnier gewonnen, wo es hieß, dieser Anführer, Hera Sandulla ist eigentlich Trash-Tier, hat damit ein Turnier gewonnen, weil da einfach wieder Kombos entdeckt worden sind oder Synergien, wofür vorher keiner so richtig drüber nachgedacht hat. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen. So, reicht für diesmal. Thomas, mach weiter. Du hast dich ja wirklich sehr kurz gehalten. Das Einzige, was noch kürzer ist, ist das Spiel, was ich dir jetzt gleich erzählen werde, nämlich das heißt Three Second Try. Da dauert nämlich eine Spielrunde drei Sekunden. Das ist auch eins dieser Spiele, die in dieser weißen, langen Schachtel kommen zum Geschicklichkeitsspiel, die es in Essen gab letztes Jahr. Da hatten wir auch eins im Headquarter ausprobiert und Three Second Try hat als Spielkonzept, dass du eine bestimmte Aufgabe in drei Sekunden machen musst und du selber bietest, wie oft du das schaffst. Das heißt, es geht auch quasi drei Sekunden lang Bietrunde, zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene Kategorien, entweder Sachen, die quasi was mit Wissen zu tun haben oder Sachen, die was mit Geschicklichkeit zu tun haben und da heißt zum Beispiel, wie oft kannst du in drei Sekunden schnipsen und dann überbieten die Leute sich und rufen irgendwie Zahlen rein, dreimal, fünfmal, achtmal, zwölfmal und der, der das höchste Gebot hat, der darf dann quasi den ersten Versuch machen, hat drei Sekunden Zeit und versucht dann halt so viel zu schnipsen, wie es irgendwie geht und versucht eben das, was er sich da vorgenommen hat, zu erreichen. Dann hat er das gewonnen. Wenn er das nicht schafft, dann kommt quasi der Nächste dran in der Reihe, der als nächstes geboten hat und so weiter. Was irgendwie ganz interessant ist, wenn man das Ganze mit den Wissenskategorien macht, ist es tatsächlich so, dass die Dinge, die der Vordermann, der es vielleicht nicht geschafft hat, schon genannt hat, die sind dann für dich auch raus. Die musst du dann quasi streichen von der Liste und musst dann quasi dein Gebot mit neuen Wörtern oder Begriffen irgendwie bringen. Und was irgendwie die größte Herausforderung tatsächlich ist, ist das Zeitstoppen, weil es eben nicht so funktioniert, dass da jemand mit einer Stoppuhr steht und dann sagt Start und Stopp und du hast es geschafft, sondern du hast so eine kleine Apparatur, so ein kleines Holzbrett mit so einer silbernen Kugel und wenn du die loslässt, dann braucht die genau drei Sekunden, um nach unten zu rollen und du musst sozusagen loslassen, dann deine Aufgabe machen und dann deine Hand auf dieses Ding draufhauen, so dass die Kugel quasi nicht nach unten rausfallen kann. Das heißt, du musst dann nicht nur deine Aufgabe machen, sondern du musst gleichzeitig immer noch diese Kugel im Blick haben und dann auch noch koordinieren, dass du diese Kugel aufhältst in den drei Sekunden. Das war irgendwie fast die größte Herausforderung. Ich fand das ehrlich gesagt sehr, sehr witzig. Also man merkt erst mal, wie krass man sich da verschätzt, was man denn in drei Sekunden tatsächlich weiß oder machen kann und es ist natürlich auch sehr, sehr witzig irgendwie zu gucken, ob die anderen das irgendwie hinkriegen oder ob sie da irgendwie dran scheitern und da waren zwei sehr große Stapel drin mit Aufgaben. Also ich glaube, da steckt viel drin an Wiederspielwert. Das ist halt so ein typisches Spiel für zwischendurch, bisschen zum Aktivieren, ist relativ kurz, kann man theoretisch ja auch länger spielen. Also es geht eigentlich, bis jemand drei Punkte gesammelt hat, also drei Aufgaben gelöst hat. Kann es aber auch kürzer oder länger machen. Ich fand das ehrlich gesagt sehr, sehr witzig, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht für jeden was. Also wer irgendwie nicht unter maximalem Zeitdruck irgendwas machen will, der ist hier, glaube ich, falsch gewickelt. Ja, ich erinnere mich, ist das nicht eins dieser Spiele gewesen, die Flo auch von der letzten Messe da mitgebracht hat? Ja, genau. Da hat er von erzählt gehabt, ja. So, das absolute Gegenteil davon ist eine großartige Partie gewesen, Star Wars The Roadplaying Game. Und zwar hatte ich irgendwann in den letzten Videos erwähnt, ich hab mal mega Bock drauf, weil ich meine Jugend da mal irgendwie versucht hab, da reinzuschnuppern, hab da keine Erinnerung mehr dran und wir haben es definitiv falsch gemacht, weil wir nicht wussten, wie es funktioniert und da halt niemanden hatten, der eine Ahnung von hat. Und die liebe Bettina meinte, mach ich doch gerne, hab ich schon einige Sessions geleitet. Und das war wie eine Reise in eine andere Welt. Also, es war eine coole Geschichte, es war jetzt nicht typisch Star Wars, aber wir waren in dieser Welt und wir hatten eine sehr krasse, einfach coole Runde, mega Stimmung. Ich bin jetzt so gehuckt, dass ich, glaube ich, mehr Bock auf dieses Thema habe. Auch diese Alien-Partie, die habe ich ja so ein bisschen mitgehört und fasziniert von dieser Immersion. Also, definitiv wird es jetzt demnächst bei uns in der WhatsApp-Community von den Supportern auch eine eigene Gruppe geben zum Thema Pen & Paper und Roleplaying Games. Da gibt es jetzt einige, die da mehr Bock drauf haben und ich glaube, das wird so ein Thema, da werde ich mich demnächst ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und hat Lust auf mehr geweckt. Da bin ich sehr gespannt, weil wenn du in irgendeine Sache einsteigst, dann steigst du ja richtig ein. Ich bin schon gespannt, dass du mir dann bald erzählst, dass du zweimal in der Woche eine fünfstündige Session von eurer Kampagne spielst. Ich würde das voll gerne auch mehr erleben. Ich habe so ein paar Mal auch Rollenspielerfahrungen gehabt, aber immer nur so One-Shots und leider habe ich irgendwie nicht die Zeit, das zusätzlich noch zu machen und da mal so eine Kampagne aufzusetzen. Ja, Social Deduction war ein Thema am Wochenende und viele erwarten vielleicht jetzt ein ganz bestimmtes Spiel, da reden wir aber später noch drüber. Wir haben aber auch Tempel des Schreckens gespielt, weil wir waren eine relativ große Runde und wollten irgendwie was Nettes, Lustiges irgendwie für zwischendurch und dann haben wir dieses Spiel gespielt, als die Karten ausgeteilt worden sind. Meinte ich irgendwie, als ich da so eine Karte mit so einem Typen drauf gesehen habe, dachte ich mir so, was ist denn das für eine Karte? Ist das eine andere Version? Und dann habe ich alle angeschaut, so, nee, das sind diese ganz normalen Forscher, das ist das gute Team. Und dann habe ich festgestellt, ich habe noch nie, ich war noch nie im guten Team bei diesem Spiel. Ich kannte quasi nur die Wächterinnen-Version und dann wurden die Rollen ausgeteilt und natürlich habe ich wieder eine Wächterin, also ich musste quasi wieder Feuerfallen platzieren, beziehungsweise die Leute da reinlocken und das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Partie, bei der bis zum Schluss nicht ganz klar war, wer von uns denn eigentlich alles böse ist und es gab, es waren neun von zehn Schätzen dann schon gefunden und eine Feuerfalle und es ging wirklich, sagen wir, quasi um die letzten Meter noch. Wem kann man jetzt trauen und wo zieht man? Und dann haben wir quasi als Böse noch gewonnen. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr lustiges Spiel und es ist halt Social Reduction auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Das kann man wirklich jedem super gut erklären und man muss jetzt auch gar nicht so krass viel bluffen, aber es ist genug, dass da ein interessantes Spielerlebnis draus wird und es funktioniert da wirklich auch in der großen Gruppe total gut. Also ich verstehe, warum du so ein großer Fan davon bist und ich werde langsam auch zu einem Fan. Mich haben auch Leute angesprochen und meinten, bei ihnen hat es irgendwie gar nicht funktioniert, es war nichts, aber auch bei uns auf der Arbeit ist es auch ein Dauerbrenner. Also da waren immer spaßige, abwechslungsreiche Runden dabei und was ich hier schön finde, ist, es ist nicht schlimm, wenn man enttarnt wird, weil man zwangsläufig ja trotzdem irgendwie die Karten aufdecken muss oder ja, nicht die Feuerfallen findet. So, kurz, Dune Imperium Uprising. Ja, ich bin ein großer Dune Imperium Fan, natürlich Uprising gefällt mir dann auch und hier muss ich sagen, es ist für mich das rundeste Gesamtpaket. Also wer sagt, eine Packung, ich bin Kennerspieler, da hat der alles nochmal geschliffen, poliert, rund gemacht. Die Partie war wieder großartig. Ich weiß noch, ich lag hinten und habe in einem Zug sechs Siegpunkte gemacht, bin damit auf die zehn gekommen und alle guckten mich so, what the fuck, ich dachte, wir spielen noch eine Runde. Nein, das war es jetzt. Ich habe dann aber trotzdem verloren wegen dem Tiebreaker. Also einer hat dann auf die zehn nachgezogen und dann der Spice Tie Breaker hat es entschieden. Da habe ich dann ganz knapp verloren. Also das war richtig episch. Spannend von vorne bis hinten. Alles, was da reingekommen ist und rund geschliffen, merkt man, der Autor hat seine ganze Erfahrung aus Jahren jetzt, Dune Imperium, da reingeschmissen und das Ding einfach perfektioniert. Ist für mich eins der Top 3 Spiele, wenn es heißt, demnächst wieder Top 50 Spiele meines Lebens. Gehört es da rein. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann jetzt irgendwie gar nicht mithalten mit Hits der Summer Party, aber das haben wir eben auch an dem Wochenende gespielt. Ich hätte ehrlich gesagt sogar erwartet, dass ich deutlich häufiger Hits der Spiele, weil das wirklich der klassische Absacker ist, den man am Abend dann nochmal zockt. Aber die Abende gingen sowieso immer schon so lange, dass wir da gar nicht so oft Zeit hatten dafür. Und wir haben das tatsächlich sogar eher als schnelle Runde so für zwischendurch mal gespielt, zwischen zwei anderen Spielen, die wir ausgemacht hatten. Wir waren da sogar tatsächlich ein bisschen unter Zeitdruck, aber hat trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Wir haben es dann in der größeren Runde aber in Zweierteams gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Also es war halt irgendwie Summer Hits. Diese Version kannte ich vorher noch nicht. Hab mich auch drauf gefreut, dass da mal ein paar neue Lieder dabei sind. Ich hab die Original Hits der Version jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig gespielt und da kommt einem dann auch wieder was bekannt vor. Obwohl es immer wieder interessant findet, dass man dann die Sachen sich auch, die man vorher nicht wusste, oft auch dann, nachdem man es gespielt hat, nicht gemerkt hat. Also entweder man hat es quasi schon irgendwie im Stammhirn eingespeichert oder es wird da auch nicht landen. Und bei der Summer Party Geschichte gab es ein paar sehr, sehr coole Songs, aber auch tatsächlich Songs, die ich in meinem Leben noch nie vorher gehört hatte. Also gerade irgendwie auch so ein paar neuere Sachen, bei denen ich einfach wirklich nicht, man kann sie dann zeitlich einigermaßen zuordnen, aber ich hätte ums Verrecken nicht sagen können, wer das eigentlich singt oder wie dieses Lied heißt. Es war relativ ausgeglichen von der Runde her. Also wir waren eigentlich alle so auf dem gleichen Niveau und obwohl wir gar nicht so viel Zeit hatten, das zu spielen, kam natürlich trotzdem auch wieder diese klassische Atmosphäre auf, dass die Leute dann anfangen mitzusingen und sich gegenseitig dissen, was, das kennst du nicht? Und sie sagen, ja, aber du kanntest das Lied davor überhaupt nicht. Und jeder erzählt dann irgendwie auch, was er damit irgendwie ein bisschen assoziiert. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich würde mir wünschen, dass mal ein paar andere Versionen rauskommen. Also am liebsten hätte ich gerne mal so eine Filmmusikversion. Da müsste es eigentlich genug Material geben, dass man da irgendwie auch ein Spiel draus machen könnte. oder einfach nur mal eine ganz neue Box mit der bunten Mischung an verschiedenen Musikgenres, so wie die allererste Box, dass das irgendwie nicht zu sehr eingefahren ist auf so Sachen wie Schlager oder Summerhits, mit denen wir jetzt vielleicht gar nicht so viel am Hut haben. Aber ich glaube, da wird auch noch einiges kommen in der Zukunft. Mit Sicherheit. Ich denke, so ein Hitstar 2 einfach, ne? Ja, wie du sagtest, breite Palette an Musik und dann ist doch bestimmt ein Verkaufsschlager wieder garantiert. So, ich habe was ganz Besonderes gespielt. Da wird die jetzt auch gucken, so höh, vielleicht noch nie davon gehört. Der Actual Loil, finde ich, ist ein sehr ausgezeichter YouTuber und er hat so ein Spiel, was er, ich weiß gar nicht wann, auch besonders gelobt hat und zwar Sniper Elite. Da denkst du erst mal, hä, what the fuck ist das? Ist ein, ja, Hidden Movement Game. Ein Spieler ist der Sniper und spielt gegen ein Team. Man kann es auch gegen eins spielen. Ich finde es aber mindestens zu dritt im Crew besser, weil nämlich das Gegnerteam sich dann schön absprechen kann. Da muss man nicht seine, ja, Gedanken irgendwie alleine teilen, sondern man kann sich schön absprechen. Das macht einfach mehr Spaß. Und zwar ist einer, der Sniper, der hat, ja, der hat so eine Mission, wo er verschiedene Ziele erreichen muss in einem typischen Militärcamp und wir spielen da verschiedene Squads, die versuchen, den aufzuhalten und aufzuspüren. Da haben wir dann auch verschiedene Hilfsmittel, wie zum Beispiel Wachhunde, die man einsetzen kann. Hat ein paar einfache Aktionen, die jetzt auch gar nicht so kompliziert sind und dann geht's halt los. Der Sniper verdeckt auf seinem Mal-Tableau, das wir nicht sehen können, überlegt jetzt seine ganzen Bewegungen, die er dann da macht. Wir erkennen ihn nicht und dann ist halt natürlich klar, wenn er sich ganz langsam bewegt, dann hören wir ihn eher nicht. Wenn er aber ein bisschen am Rennen ist, dann haben wir eine gewisse Range, wo wir den hören können. Plötzlich heißt es, okay, ich mache einen Schuss, dann muss er entscheiden, wie viele Tokens er aus dem Beutel nimmt und je nachdem, wie viele er sich entscheidet und dann vielleicht auch trifft oder nicht trifft, kann man so Rückschlüsse drauf ziehen, wo ist der denn ungefähr? Weil wenn er recht nah ist, dann riskiert er eher weniger Tokens. Wenn er weiter weg ist, muss er mehr Tokens riskieren, um halt in den Treffer zu landen. Sehr spannend. Ich habe gemerkt, ich hätte auch voll Bock auf die Sniper-Rolle und der Spieler, der das gemacht hat, meinte, das ist jedes Mal Herzklopfen, wenn du da überlegst, welchen Move oder einen Schuss setzt. Wir haben ihn geschnappt, war auch ein bisschen daher geschuldet, dass er, das ist ein bisschen blöd, das heißt, wenn er auf seinem Board was am Zeichnen ist oder irgendwie die Startposition markiert oder so, dann müssen alle anderen weggucken, weil man halt aufgrund da, wo der Stift irgendwie so angesetzt wird, halt schon erahnen kann, wo er sich ungefähr befindet. Das ist halt blöd, da muss man definitiv weggucken. Und dann hat er einfach seine Auftragskarte nicht neu gezogen, weil wir dachten, wir machen einfach schnell weiter und das hat uns dann so ein bisschen mehr Infos gegeben, als es eigentlich üblicherweise ist, dann war es für uns einen Tick zu einfach, den zu fangen. Trotzdem, finde ich, ist es ein richtig, richtig gutes Hidden-Movement-Game. Also der Action-Lol, der meinte, das wäre für ihn ein herausragend spannendes Spiel im Jahrgang gewesen, kann ich verstehen. Ich habe mega Bock, mal den Sniper zu spielen, das ist, glaube ich, noch spannender. Perfektes Spiel zu dritt, würde ich sagen. Weniger, weiß ich nicht, ist halt ein Duell, dann nicht so spannend, wie wenn man sich austauscht. Zu viert war auch ganz gut, man diskutiert halt ein bisschen mehr und ja, Setting jetzt nicht das Allercoolste, aber das fand ich eine richtig coole Partie und habe mega Bock, mal auf die andere Rolle. Ja, das klingt tatsächlich interessant, ich hatte das auch als Titel irgendwie so ein bisschen ignoriert, habe das auch in dem Action-Lol-Video gesehen, ich glaube, es waren seine Lieblingsspiele, top, top irgendwas und jetzt, wo du auch davon spermst, muss ich sagen, gucke ich mir vielleicht auch doch nochmal irgendwann an. Lass uns kurz über Times-Up-Filme sprechen, das hast du dankensweiterweise am Samstag dann auch nochmal mitgebracht, war, ich glaube, das einzige Times-Up, was nicht im Sortiment war und ich hätte es auch irgendwie noch viel häufiger spielen können, es ist bei zwei Partien geblieben, die wir in Folge gespielt haben und die waren wieder absolut legendär. Also es ist für mich wirklich das beste Partyspiel, was es da draußen gibt. Wir haben drei Raterunden, müssen Begriffe raten, wie wir jetzt im Kneipenquiz gelernt haben, sind das 30 Begriffe, aber je nach Variante, kannst du gucken, sind es auch teilweise 40 Begriffe und also das Tolle war, wir waren drei Zweiergruppen und wir haben gegen ein Pärchen gespielt, Michael und Sarah, ihr seid großartige Gegner gewesen, die es wirklich absolut drauf hatten. Also die waren irgendwie in dem Spiel wirklich komplett drin von der ersten Sekunde an und die hatten auch wirklich ein wahnsinnig gutes Film und Serienwissen und es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, da musst du dann unbedingt auch nochmal eine zweite Partie hinterher schieben und es war wirklich alles in diesem Spiel vorhanden, was dieses Spiel so toll macht. Also gerade auch diese Running Gags, die entstehen aus Begriffen, die jemand nicht weiß. Wenn jemand bei Babylon 5 keine Assoziation hat und das Ganze dann über eine Neugeborene und eine Zahl versucht zu erzählen und dann in der dritten Runde jemand quasi einfach nur ein Baby im Arm wirkt und dann ist klar, es ist Babylon 5 oder wenn man irgendwie sieht, wie die Leute in der Pantomime mit Geräuschen versuchen den Terminator und Wall-E voneinander durch süßere oder nicht so süße mechanische Bewegungsgeräusche voneinander zu differenzieren, das ist einfach der absolute Hammer. Es ist immer wieder lustig und vor allem auch, was denn da innerhalb einer Partie entsteht an Inside-Jokes, die man dann irgendwie weiterverwenden kann, das war wieder ein absolutes Highlight für mich und ich glaube, das wird so ein Spiel sein, das ich immer mitspiele. Da kannst du mich nachts aufwecken, da musst du irgendwie keine Regeln vorher gelesen haben, da bin ich immer mit dabei und es war diesmal wieder genauso. Absolut. Also in der Partyspiel-Kategorie Platz 1 und unangefochten. Ein Spiel, was ich unbedingt ausprobieren wollte an diesem Wochenende ist Slay the Spire. Warum? Ich habe die Videospiel-Variante sehr viel gespielt auf dem iPad und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mich dann gefragt, okay, brauche ich das denn noch als Brettspiel, weil die Adaption schon sehr nah dran ist, ist jetzt natürlich etwas Kooperatives. Das heißt, Solo, glaube ich, würde ich es nicht spielen. Kooperativ war ich jetzt gespannt, wie die das umsetzen und ich finde, die haben das sehr gut umgesetzt. Also wie das skaliert, dass du den Schaden verteilst. Jeder hat halt Monster. Du kannst, wenn du angreifst, entscheiden, ob du in deiner Reihe angreifst oder auch bei den anderen. Aber wenn du von den Monstern angegriffen wirst, dann kriegst du auf jeden Fall eins auf den Deckel von deiner Linie. Und das finde ich, ja, schafft das ganz gut, diesen Kniff hinzubekommen, wie halt auch mehrere mit mehreren Monstern umgehen müssen. Was ich glaube, nicht so optimal ist, wenn man es zu viert spielt. Wir waren zu viert und das war, glaube ich, zu viel. Also das Spiel wird nicht besser mit mehr Leuten einfach, weil es einfach nur länger dauert und der Entscheidungsraum größer wird und mit mehr Leuten man mehr diskutiert. Also ich glaube, das ist das perfekte Zwei-Personen-Spiel oder wenn alle richtig drin sind, vielleicht noch zu dritt. Vier, glaube ich, muss nicht unbedingt sein. Das ist das, wo ich sage, das hat mir dann in der Runde dann nicht so gut gefallen. Das war, ja, es kaliert ja dann einfach nicht so gut. Es dauerte einfach linear länger, vielleicht sogar ein bisschen noch länger, weil man einfach mit mehr Leuten noch mehr diskutiert oder man ist dann irgendwie rausgedanklich. Man sieht, okay, Zwei vertiefen sich gerade in die Strategie, wie wird es da vorgehen? Dann ist halt der eine oder andere auch am Tisch mal abgehangen. Das war nicht so optimal. Ansonsten finde ich diese Umsetzung sehr gelungen. Also das Spielgefühl kommt auf jeden Fall rüber. Wo ich mir gewünscht hätte, dass ein bisschen mehr Liebe reingegangen wäre, ist dann in der, ja, in der Symbolik auf den Karten. Die haben das sehr originalgetreu gehalten und ich finde, das ist, das hätte man mehr machen können. Also es hat dann doch ein paar viele Details, die man kennen muss. Da hat es geholfen, dass man das Videospiel kennt. Dann kann man das irgendwie ein bisschen ableiten. Aber trotzdem hätte man deutlich vieles klarer auf den Karten noch irgendwie zeigen könnten. Allein, was einzelne Angriffe sind, ob die jetzt AOE sind oder nicht AOE sind. und dann diese Bedeutung von was ist ein Angriff, was sind einzelne Attacken und so weiter, wie skalieren die, was kriegt jetzt Plus-Schaden und Nicht-Schaden mit den Tokens, wann welcher draufkommt, wenn der runterkommt, was diese Keywords auf den Karten bedeuten. Ich finde, es ist mittlerweile Standard, dass gerade so von den Startkarten oder wenn da was reinkommt, dass dann in Klammern vielleicht noch da steht, was es eigentlich bedeutet, wenn jetzt ein Keyword da draufsteht. Da hätte man etwas mehr Liebe reinstecken können. Das hätte es auf jeden Fall leichter gemacht. Ansonsten ist es, finde ich, eine sehr gelungene Adaption, was ich immer, glaube ich, gerne am liebsten zu zweit spielen würde. Klingt interessant. Ich habe tatsächlich das Computerspiel noch nicht gespielt, aber habe schon viele Leute davon schwärmen hören. Vielleicht muss ich erst mal das ausprobieren, bevor ich das Brettspiel ausprobiere. Vielleicht zwei, drei Worte noch zu dem, was da eigentlich hintersteckt. Das ist also ein Roguelike-Dungeon-Bilder, äh, nicht Dungeon, also es ist ein Deckbilder. Du machst halt immer so einen Run, wo du versuchst, durch so einen Roguelike-Dungeon mit verschiedenen Abzweigungen zu entscheiden. Okay, nehme ich jetzt ein Camp mit, nehme ich ein normales Monster mit, nehme ich eine Elite mit, nehme ich eine Überraschung mit, wo irgendwas passiert und du halt durch diese ganze Partie hinweg dein Deck immer weiter ausbaust, auch manchmal ausdünst, um halt, ähm, ne, das sind halt deine Fähigkeiten, die dein Typ dann im Kampf kann. Und, ähm, ist auf jeden Fall inspiriert gewesen von, inspiriert worden von, wie, äh, von Kartenspielen und Brettspielen und hat jetzt halt wieder den Weg zurückgefunden zu einem Brettspiel. Ähm, interessant und funktioniert ganz gut. Wollen wir vielleicht noch einmal kurz über Blood and the Clock Tower sprechen? Ich werde auch versprechen, mich ähnlich kurz zu halten, wie du bei Star Wars Unlimited, aber ich muss einfach nochmal sagen, wie bewegend für mich das Wochenende auch unter anderem wegen dieses Spiels war. Ich hab das ja vor einem Jahr beim Better Board Games Wochenende zum ersten Mal kennengelernt, hab da gleich Feuer gefangen und daraus hat sich irgendwie auch eine wahnsinnig tolle Community, ähm, entwickelt und es sind auch wirklich tolle Freundschaften entstanden und irgendwie war es auch uns wichtig, jetzt dieses Jahr einfach nochmal einen draufzusetzen und da auch ein richtiges Event draus zu machen mit diesem Spiel und da waren einfach nochmal viel mehr Leute irgendwie involviert, diesmal auch in der Organisation. Es war wirklich auch einfach alles total schön dekoriert. Wir haben ein buntes Potpourri an verschiedenen Skripten da gehabt. Wir hatten auch die deutsche Version da, Hans von Funthales war dabei und hatte die erste deutsche Kopie dabei. Auch die konnten wir spielen und, ähm, ich hatte am Sonntagabend meine 195. Partie dieses Spiels und hab trotzdem am Wochenende wieder Dinge erlebt, die ich vorher noch in keiner Partie so erfahren habe und das ist, finde ich einfach für mich immer noch unverstellbar, wie viel Wiederspielwert in diesem Spiel drin ist und es ist auch wirklich eine absolute emotionale Tour de Force gewesen wieder. Also, was dieses Spiel auch emotional und sozial in der Interaktion macht, äh, ist einfach wirklich brillant und dann kommt noch dieses Deduzieren dazu, dass man wirklich auch versucht, Informationen zu sammeln und die richtig auszuwerten. Das ist einfach ein tolles Spielgefühl und es ist halt, obwohl es online wirklich gut umgesetzt ist, ist es live einfach nochmal geiler. Insbesondere dann, wenn man dann eben halt auch wie wir da versuchen, möglichst viel Atmosphäre und Immersion reinzubringen und, ähm, ich glaube, wir konnten einige Leute auch diesmal wieder anstecken und für mich persönlich war es wirklich eins der absoluten Highlights. Einfach auch irgendwie, weil ich wieder mit ganz, ganz tollen Menschen zusammen dieses Spiel spielen konnte und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auf dem Kanal über dieses Spiel sprechen, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben am Wochenende auch ein bisschen was gedreht, also da kommt demnächst auch noch was zu dem Spiel, weil bald kommt ja die deutsche Version und damit jeder auch einen guten Einstieg in das Spiel hat, habe ich mir da ein bisschen was überlegt, an dem wir jetzt auch längere Zeit gearbeitet haben. Also für mich persönlich natürlich auch sehr erwartbar, eines der absoluten Highlights des Wochenendes. Hätte mich überrascht, bin ich. Deswegen auch vielen Dank an alle, die dabei waren und das Wochenende wieder so unvergesslich gemacht haben. Besten Dank und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Nächste im Herbst. Dann vielen Dank für die lange Folge, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bis dann.